Zahlung der Energiepauschale für Rentner in Gefahr. Es ist noch kein Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das dritte Entlastungspaket, was die Bundesregierung ja auf den Weg gebracht hat oder beschlossen hat, sagt ganz klar und eindeutig, zum 1. Dezember 2022 sollen alle gesetzlichen Rentner die 300 Euro Energiepauschale ausgezahlt bekommen. Dieser Anspruch oder diesen Zahlungsanspruch können Rentnerinnen und Rentner aber nur dann haben, wenn es auch tatsächlich ein entsprechendes Gesetz dazu gibt. Und ein solches Gesetzgebungsverfahren für ein solches Gesetz, was genau diesen Sachverhalt schriftlich niederlegt, ist mit Stand 1.10.2022 noch nicht in Gang gesetzt worden. Der Bundesgesetzgeber hat hier einfach noch nichts in die Wege geleitet. Also mir ist zum heutigen Zeitpunkt nichts davon bekannt. Und wenn wir uns mal auf den Kalender schauen oder auf unseren Kalender schauen, dann stellen wir mit Erstaunen fest, das sind ja nur noch zwei Monate. Und die deutsche Rentenversicherung darf grundsätzlich diese Energiepreispauschale dann nicht auszahlen, wenn es dazu kein Gesetz gibt. Das heißt also, wenn es nicht bald ein Gesetzgebungsverfahren gibt, dann sehe ich nicht, wie der Bundesgesetzgeber die deutsche Rentenversicherung auffordern kann, die 300 Euro Energiepreispauschale auszuzahlen. Das wäre dann schlicht und ergreifend nicht möglich. Und dann stehen die Leute, die auf das Geld warten, wirklich im Regen. Und deshalb kann ich nur alle Beteiligten, also die Bundesregierung auffordern, endlich in die Gänge zu kommen und hier das Gesetzgebungsverfahren einzuleiten, damit die Menschen, die auf die 300 Euro Energiepreispauschale dringend angewiesen sind und auch warten, dass sie dann endlich Klarheit haben, unter welchen Voraussetzungen sie diese 300 Euro Energiepreispauschale dann auch tatsächlich erhalten können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.